Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch der Sprüche. Wir haben in unserem letzten Studium gesehen, dass wenn wir dieses Buch studieren, wir es nicht tun, einfach um uns die Zeit zu vertreiben, sondern dass der Inhalt dieses Buches darüber entscheidet, ob wir leben oder sterben. Und das nicht nur in einem irdischen Sinne, sondern in einem ewigen Sinne. Kommen wir zur Weisheit oder bleiben wir in der Torheit? Kommen wir zum Leben oder bleiben wir im Tod? Das war das Thema. Und wir haben gesehen, dass wir von Gott so gebaut sind, dass wir entscheiden, ob wir weise werden oder in der Torheit bleiben. Dass wir entscheiden, ob wir zum Leben kommen oder in dem geistigen Tod bleiben. Es liegt ganz an uns. Deshalb versucht uns der Geist Gottes durch den Salomo darauf, uns dieser Verantwortung und dieser Entscheidungsfähigkeit klar und bewusst zu werden. Es wird niemand von Gott verdammt, der leben wollte. Gott wird nicht irgendeinen Menschen am Ende sterben lassen, wenn der leben wollte. Wenn der seine Entscheidungen richtig getroffen hat. Es liegt nicht an Gott, wo wir letztendlich landen. Unter den Lebenden oder unter den Toten. Es liegt ganz bei uns. Und dieser Gedanke ist mir wichtig, dass wir ihn verstehen. Ja, wir sind als Tote geboren. Wir kommen als Toren auf die Welt und wir werden das im weiteren Verlauf dieses Studiums sehen. Aber wir bekommen die Möglichkeit der Wahl, aus dem Tod ins Leben rüber zu kommen. Wir bekommen die Wahl und haben sie bekommen, aus der Torheit zur Weisheit zu gelangen. Und Gott wird einem jeden das geben, was er gewählt hat. Deshalb lasst uns dieser Entscheidungsfähigkeit, dieser Verantwortung, die wir haben, bewusst werden. Sie ist entscheidend. Denn wir haben gesehen in der letzten Stunde ein Gedanke, der mir sehr wichtig geworden ist, dass wir es sind, die uns identifizieren müssen, entweder mit der Torheit oder mit der Weisheit. Ja, um sich mit der Torheit zu identifizieren, muss man nicht sehr viel tun. Das Salomon sagt, du musst einfach nachlässig sein, du kannst faul sein. All das, du musst nicht viel tun, um in diesem Elend, in dem du bist, zu bleiben. Du kannst auch nichts tun. Aber um rauszukommen zur Leben und zur Weisheit, da musst du was tun. Und das ist entscheidend zu verstehen. Wir haben heute ein Evangelium, wir haben heute eine frohe Botschaft, die da draußen verkündigt wird, die es genau umgekehrt sagt. Die es sagt, um erlöst zu werden, musst du nichts tun. Außer annehmen, glauben. Aber wir sehen hier, es ist genau umgekehrt dargestellt. Um etwas, um erlöst zu werden, um weise zu werden, musst du etwas tun. Es wird deine eigene Wahl sein, wohin du gekommen bist. Die Erlösung aus Gnaden schließt nicht aus. Die Mitarbeit des Menschen. Wenn wir das doch wohl einmal verstehen könnten, dann würde uns der Böse nicht mehr so viel betrügen können. Die Erlösung aus Gnaden schließt nicht aus, dass der Mensch mitarbeiten muss. Dass Gott mir den Apfel gibt zum Essen. Es ist ein völlig seines Werk. Er allein hat es getan. Er allein hat den Apfel gemacht. Ich habe dafür nichts beigetragen. Ich habe zur Weisheit nichts beigetragen. Aber damit ich die Weisheit habe, damit ich den Apfel in mich hineinbringe und dass er mir etwas nutzt, muss ich ihn essen. Die Weisheit ist da, die Erlösung, die Gnade ist da. Aber um sie zu haben, muss ich etwas tun. Auch wenn es nur so etwas Banales ist wie Essen, den Apfel. Ich muss die Weisheit lernen. Ich muss die Weisheit lernen. Das ist anstrengend. Es ist nicht ohne. Ich sage es mal so wie Gott es damals sagte dem Adam. Adam, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen. So, um weise zu werden, müssen wir etwas tun. Die Weisheit können wir nicht schaffen. Aber dass wir sie in unser Leben einverleiben, dafür sind wir verantwortlich. Wir haben gesehen, dass unser Geist so gebildet ist, dass wenn er mal etwas gelernt hat, das nicht automatisch zu ihm selbst wird. Das heißt, wenn wir einmal zu einer Schlussfolgerung gekommen sind, heißt das nicht, dass das eine endgültige Schlussfolgerung ist. Es sei denn, über die Zeit, über die Jahre, durch die Prüfungen des Lebens, ist diese Schlussfolgerung zu meinem eigenen Gut geworden, wenn ich es so sagen will. Ich nehme das banale Beispiel des Essens von Schokolade oder des Trinkens von Alkohol oder irgendeine Sache. Bin ich überzeugt, endgültig, dass das für mich schädlich ist, also ein Verlust ist, dann werde ich das nicht mehr tun können. Es liegt nicht mehr in meiner Wahl, es abzuwählen, weil es ist ja zu dem geworden, was ich hundertprozentig zu stehe. Und wenn Gott so ist, dass er sich selbst nicht widersprechen kann, er kann nicht anders sein, wie er ist, dann hat er uns auch so gebaut, dass wir an den Stellen, wo Überzeugung zu unserem eigenen Gut geworden ist, wir nicht mehr gegen uns sein können. Durch die sündige Natur sind wir widersprüchlich, wir zerstören uns selbst, wir sind gegen uns selbst, wir sind völlig konfus. Durch die Erlösung kommen wir dazu, dass wenn sich eine Überzeugung, ein Grundsatz in unser Leben, in unser Herz eingedrückt hat, von dem wir überzeugt sind, es ist zu unserem eigenen Gut geworden, dann sind wir an der Stelle nicht mehr veränderbar. Ich würde sagen, Gott ähnlich an der Stelle. Weil unser Charakter hat sich so gewandelt an dieser Stelle, dass unser Widerspruch, unsere Wankelmütigkeit, unsere Abwägen an der Sache ist für immer erledigt. Ich habe es gelernt, ich stehe dazu, ich kann nicht mehr anders. Und das, haben wir gesehen, ist möglich auf beiden Seiten. Auf der Seite der Weisheit und auf der Seite der Torheit. Nur, wie gesagt, um auf der Seite der Torheit zu bleiben, ist nicht viel erforderlich. Aber um auf der Seite der Weisheit zu kommen, ist viel erforderlich von unserer Seite, um etwas zu tun. So, lasst uns diesen Gedanken abschließen und uns merken, wir haben zu wählen, was wir in unserem Geiste letztendlich endgültig befestigen. Ja, wir kommen auf der Welt mit der Untreue, wir kommen auf die Welt mit dem falschen Auge, aber es ist nicht gefestigt in uns. Es ist keine endgültige Entscheidung, in unserem Leben getroffen, dass wir so bleiben wollen. Die Weisheit kommt uns entgegen, sie ruft uns und sie möchte, dass wir Verstand annehmen und klug werden. Und wir haben die Wahl, dahin zu kommen, ob wir das eine oder das andere in uns befestigen. Endgültig, unwiderrufbar. Um fest zu sein. Nun, lasst uns schauen, wie die zwei Pole, weil wir haben, ja und das kommt so deutlich hervor, beim Salomo besonders, es gibt nur zwei Pole. Es gibt nur das Plus und das Minus. Es gibt nicht mehr. Deshalb haben wir hier in einer sehr deutlichen Art und Weise die Torheit und wir haben die Weisheit. und die Weisheit und die Torheit, sie unterscheiden sich nicht unbedingt auf den ersten Blick voneinander. Zum Beispiel, er sagt, die Weisheit ist eine attraktive Frau. Aber die Torheit ist auch eine attraktive Frau. Frau. So, beide sind für uns irgendwo anziehend. Beide sind anziehend. Die attraktive Frau bei der Weisheit ist eher gekennzeichnet von diesen Kapiteln, die wir bis jetzt gelesen haben, als eine tugendhafte, ich sage jetzt mal mehr, eine geistige, geistige, tugendhafte Person oder Frau. Man setzt Wert auf Geradheit, auf das Gute, auf den Frieden, all das. Die attraktive Frau bei der Torheit, sie ist eher die Frau, die äußerlich gut aussieht. Sie ist geschminkt, sie hat ihre Augenlider, sie ist äußerst hübsch von der äußeren Form. So, wenn das hier eher die geistige, die tugendhafte, dann ist sie hier eher die äußere Man könnte sagen, mehr die sexuelle Anziehungskraft steht bei dieser Frau im Zentrum, wenn Salomo sie darstellt. Die eine kommt mit ihrer tugendhaften geistigen Ebene und ist da anziehend und die andere ist anziehend in ihrer äußeren sexuellen Art. So, die eine Frau ist attraktiv durch ihre Ja, man könnte sagen Reinheit. Sie ist zurückhaltend in dem Sinne sie sie drängt sich nicht auf. Sie ist einladend. Einladend. Die andere ist auch einladend, sie ist attraktiv, aber sie ist unbändig, sagt der Salomo. sie küsst einfach den jungen Mann, der sie trifft und sie fällt ihm um den Hals. Sie tut Dinge, die nicht unbedingt oder tatsächlich nicht den anderen lassen in seinem Willen. Ja, sie ist unbändig, sie ist zwanghaft, sie will dich beherrschen, sie will dich unbedingt unter ihre Fittiche haben, deshalb bietet sie dir das Myra Bett an und sie ist wohlriechend, sie versucht die Dinge, sie kann dich nicht zwingen, klar, aber sie versucht dennoch in ihrer Art zwanghaft ist sie, sie ist nicht die einladende, ich sage jetzt mal freie Person, sondern sie ist die, die dich dazu zwingen muss, sie ist unbändig, sie ist ungehalten, sie ist hat, wenn man so viel fehlende Selbstbeherrschung keine keine Selbstbeherrschung und das ist selbstbeherrscht. Das ist ein großer Kontrast zwischen diesen zwei Frauen. Sie sind zwar attraktiv, sie gehen auf den Menschen irgendwo, sprechen sie seine Bedürfnisse an. Das eine auf der körperlichen Seite und das andere auf der geistigen Seite. Und der Vorübergehende muss es wählen, wem er folgt. Beide von den zwei Frauen wollen belehren. Beide wollen und kümmern sich um die Menschen. Sie rufen, sie bemühen sich um den Menschen. Jede will ihn haben. Sie haben ein sogenanntes Interesse. Nur ist bei diesem Interesse die Folge der Tod, was aber so nicht aussieht. Und hier ist die Folge das Leben. Und sicherlich mit Leben ist nicht nur das Leben selbst gemeint. Weil wir alle haben verstanden, wir leben nicht um des Lebens oder um des Todeswillen, des Todeswillen sowieso nicht. Sondern wir haben ein höheres Ziel als das. Und das will uns Gott vor Augen führen. Es geht nicht nur um das Leben selbst, sondern es geht um die Qualität des Lebens. Hier lebst du vielleicht zügellos. Du gehst den Instinkten nach und lässt dich von den Umständen und deinen angeborenen Neigungen treiben. Das kannst du. Das darfst du. Aber am Ende kommst du an und blickst zurück und siehst, es war sinnlos, wie du gelebt hast. War sinnlos, wie du gelebt hast. Und das wird uns Gott, dem großen Gericht, am Ende der Tage allen zeigen. Und die Menschen werden bewusst werden, ja, ich habe mich verirren lassen, aber ich habe es getan gegen die Annahme der Weisheit. Wo ist der Ursprung für die Weisheit und wo ist der Ursprung für die Torheit? Nun, wir wissen letztendlich, dass der Ursprung für die Torheit letztendlich bei Satan liegt. Aber da wir geboren werden mit einer sündigen Natur, liegt der Ursprung der Torheit auch in uns selbst. Das heißt, wir haben etwas von Satan übernommen, wozu wir, ja, nicht stehen, weil wir es wissen, aber wozu wir stehen, aus Unkenntnis. Aus Unkenntnis. So die Torheit ist in uns. Ja, Satan hat sie zwar geschaffen, aber die Torheit ist in uns. Wir werden mit ihr geboren. Deshalb müssen wir nicht viel tun, um so zu bleiben, wie wir sind. Die Weisheit. Die Weisheit hat ihren Ursprung in Gott. Und wären wir unter Gottes Führung, dann hätten wir die Weisheit Gottes in unser Leben eingebaut. Oder wir würden sie einbauen. Als Gott den Menschen schuf, dann hat er ihn in der Verbindung zu ihm gemacht. Und in der Verbindung zu ihm hatte der Mensch zu seiner Verfügung die ganze Weisheit Gottes, um sie anzuwenden. Er musste sie anwenden. So, sie kommt von Gott, aber das Ziel ist es, dass sie in uns kommt. Ja, wir haben sie nicht. Wir sind nicht mit ihr geboren, aber wir brauchen sie. Und die Schritte dafür sind natürlich als erstes die Neugeburt. Wo das eine stirbt und das andere wird lebendig und dann nach der Neugeburt ist es ein Wachsen in der Weisheit, bis unser Geist, bis wir selbst von dieser Sache, von der Weisheit Gottes völlig überzeugt sind, dann kann uns die Torheit nichts mehr, weil wir haben sie aus unserem Leben ausgeschlossen. Sie ist für uns nicht mehr attraktiv, sie ist für uns nichts mehr sagend. Wir haben das gefunden, was uns wirklich glücklich macht. Lasst uns die Texte lesen, die wir heute haben in der Lektion und schauen, was sie uns lehren. Sprüche, Kapitel 8, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Und meine Stimme an die Menschenkinder. So, an alle Menschen ruft sie, an Männer und Frauen. Ihr Unverständigen werdet klug und ihr Toren gebraucht den Verstand. Ihr seht, die Weisheit ruft an den Toren der Stadt und ihr Ruf, der laute Ruf kommt zu den Toren, zu den Unverständigen. Weil die, die jetzt vielleicht hätten, denen muss sie doch jetzt nicht zurufen. Obwohl wir sehen, dass das ein Wachstumsprozess ist. Dennoch richtet sich der Ruf der Weisheit an die Toren, das heißt an mich und an dich. An die, die gewohnt sind, aus der irdischen Quelle zu essen. Sie ruft und sie geht an die Stelle, wo man sie sieht, an den Toren der Stadt, dort wo der Verkehr ist, dort wo man ein- und ausgehen muss, dort wo man sie hört, wo man sie nicht übersehen kann. Und sie ruft und sagt, hört, denn ich habe Vortreffliches zu sagen und meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Ich habe Vortreffliches, sie hat etwas Hohes zu sagen. Ihre Lippen öffnen sich für die wahre, für die aufrichtige Rede. Denn mein Mund redet Wahrheit und meine Lippen verabscheuen Gottlosigkeit. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes, noch Verdrehtes darin. Den Verständigen sind sie alle klar. Das ist der Verständige, dem sind sie deshalb klar, weil er sie aufnimmt und er findet darin seinen Genuss. Und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Das heißt, er ist einverstanden, er sieht ihren Sinn. Nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber. Und Erkenntnis lieber als feines Gold. Ja, Weisheit ist besser als Perlen und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis, wohl durchdachter Pläne. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Von mir kommt Rat und Tüchtigkeit. Ich bin verständlich. Mein ist die Kraft. Durch mich herrschen die Könige und erlassen die Fürsten gerechte Verordnungen. Durch mich regieren die Herrscher und die Edlen alle Richter auf Erden. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Reichtum und Ehre kommen mit mir, bleibende Güter und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft Außerlesenes je über. Ich wandle auf dem Weg der Gerechtigkeit, mitten auf den Pfaden des Rechts, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammern fülle. Das sind fantastische Worte. Ich habe mir sie etliche Male, nicht nur gelesen, aber auch im Auto angehört. Wie gesagt, wir können an diese Worte nicht wirklich rankommen. Hören wir sie nicht immer wieder. Kommen wir nicht immer wieder auf sie zurück, um sie zu verstehen. Lasst uns ein paar Gedanken zusammenfassen und ein paar praktische Dinge aus diesen Texten herausholen. Wir haben wieder die Weisheit und die Torheit. Und die Weisheit hat Eigenschaften. Sie kann reden. Was sie sagt, ist vortrefflich. Steht hier, oder man könnte sagen, erhaben. Redet. Sie redet. Vortreffliches. Oder Luther, glaube ich, übersetzt, erhaben. Das heißt, es geht um etwas, ja, wie soll ich sagen, Hohes, Anziehendes. Meine Lippen öffnen sich für aufrichtige Rede. Vortreffliches, erhabenes, aufrichtig. Sie redet aufrichtiges Rede. Sie redet die Wahrheit. Sie redet die Wahrheit. Und meine Lippen verabscheuen die Gottlosigkeit. So, sie hasst, wenn man so will, die Weisheit hasst, verabscheut. Sie redet die Gottlosigkeit. Sie redet die Gottlosigkeit. Und hier kommt dieser Aspekt hinzu. Sie hasst das Böse letztendlich. Und da das Böse gegen Gott ist, deshalb übersetzt man dieses Wort mit Gottlosigkeit. Sie ist frei. Sie kann nicht zur Gottesferne. Man könnte sagen, wer weise ist, kann nicht weise sein, weil Gott ist die Weisheit. Von ihm kommt sie. Also kann sie nicht die Gottlosigkeit lieben, sondern sie verabscheut und hasst die Gottferne. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes darin. Also es ist wichtig, verkehrt oder verdreht. Das heißt, die Worte der Weisheit sind klar. Sie sind nicht widersprüchlich. Wie die bei der Torheit, die widerspricht sich. Da sind die Dinge unscharf. Da ist alles ein bisschen schwammig. Hier, sie redet, nichts ist verdreht, ist klar und deutlich. Den Verständigen sind sie alle klar. Wer hat den Vorteil von der ganzen Weisheit? Das heißt, für den Verständigen. Der Verständige und der Verständige und der Erkenntnissuchende, findet es, sieht darin, finden sie richtig. Ja, es muss nämlich, wir brauchen, wenn wir Weisheit studieren, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn die Weisheit zu uns spricht, müssen wir es ja richtig finden. Es muss uns ja klar werden und sagen, oh, das ist fantastisch. Dazu stehe ich. Das ist meine Freude, das zu verstehen. So, lasst uns das nochmal so deutlich uns vor Augen halten. Die Weisheit redet. Ja, sind Worte. Die Weisheit redet. Man könnte sagen, sie ist das Wort. Was redet sie? Sie redet Vortreffliches, Erhabenes. Man könnte hier auf der anderen Seite sagen, die Torheit beschäftigt sich mit dem Gegenteil. Es sind die Niedrigen. Ihr redet auch, aber sie sind die Niedrigen. Dinge. Sie ist unaufrichtig. Sie kommt natürlich irgendwie attraktiv, aber sie ist hinterlistig. Und wir haben das alle gesehen im Verhalten dieser hinterlistigen Frau, die Art und Weise. Sie redet natürlich nicht die Wahrheit, sondern sie redet die Lüge. Sie verabscheut Gott. Sie verabscheut die Gottesfurcht. Sie ist selbstständig. im Sinne, sie braucht niemanden, nachdem sie sich orientiert. Sie ist völlig blind, ihre eigene Not. Sie ist natürlich ungerecht. Sie ist verabscheut. Sie ist nicht verabscheut. Sie ist verabscheut. Sie ist verabscheut. Sie ist konfus und sie ist verdreht, sie ist nicht klar, ungerade. Und sie hat halt diese Eigenschaften, mit denen wir alle uns doch nicht identifizieren wollen, oder? So, man sieht es, wenn man den Kontrast sieht, viel deutlicher. Aber im Alltag, im alltäglichen Leben kommt das Ganze nicht wirklich so eindeutig hervor. Weil sie hat ja auch ihre Sachen, wo sie sich, ich sage jetzt mal so, attraktiv macht. Und die Lüge ist ja nicht so sehr eine offensichtliche Unwahrheit, sondern eine verdrehte Wahrheit. Und damit ist das nicht so leicht, immer zu erkennen. Und dennoch müssen wir es tun. Und wir können es wahrscheinlich immer am besten tun, dass wir sehen, welche Folgen das eine oder das andere hat. Wir wissen nämlich, die Weisheit bringt Frieden. Alle ihre Steige sind Friede. Die Torheit bringt Unrast. Sie ist aufgewühlt. Sie hat keinen Frieden. Ihre Füße sind nicht ruhig, dass sie ausruhen können. Sie muss irgendwo gehen. Sie ist rastlos. So, wo befinden wir uns? In der Weisheit oder in der Torheit? Aus meiner eigenen Erfahrung und ich möchte sagen, nachdem Gott mich vor elfeinhalb Jahren wieder bekehrt hat, so lehrt er mich, sein Wort und seine Weisheit. Und ich kann nicht anders, außer es so sagen, wie ich es erfahre. Die Dinge werden für mich immer klarer. Je mehr ich erkenne, so deutlicher wird der Pfad und der Weg. Genauso wie es hier beschrieben ist, den Verständigen sind sie alle klar. Das heißt, das Evangelium, das Wort Gottes, aber das Leben selbst, die Entscheidungen, die ich alltäglich treffen muss, werden deutlich und klar. So wie wir gelesen haben im Sprüche, Kapitel 4, Vers 18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg der Gottlosen ist dichter Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. In der Wissenschaft und in der heutigen menschlichen Weisheit ist der Weg umgekehrt. Genauso wie hier ihn der Salomo beschreibt. Je mehr wir wissen in der Wissenschaft, umso konfuser werden wir. Das heißt, je mehr wir erkennen, umso mehr Fragen stellen wir. Und das ist nicht der Weg der Weisheit. Die Weisheit antwortet auf Fragen und macht den Pfad sicherer und immer klarer. Die Unweisheit, die Torheit, verwickelt sich in ein finsteres Nest. Und so war vor kurzem mein Vortrag gehört. Es gibt ja in unseren christlichen Reihen, auch in unserer Gemeinde, Richtungen, die nach menschlicher Weisheit vorgehen. Und da hat man dieselben Ideen, dass je mehr man weiß oder je mehr Erkenntnis kommt, umso mehr Fragen stellt man sich und umso sehr unsicherer wird das Gerüst. Das behaupten Lehrer in unseren Reihen. Aber hört genau zu. Deshalb lesen wir und studieren wir die Sprüche. Unser Weg muss ein klarerer werden. Unser Weg muss ein sicherer werden. Nicht ein unsicherer. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sehen. Alle Dinge, die mir Gott geholfen hat zu verstehen, bringen nicht mehr Fragen auf. Nein, sie antworten mir auf Fragen. Sicherlich sehe ich aber meine Begrenztheit und ich sehe, dass wenn man das große Wissen nimmt, was man gerne wissen möchte über den Menschen, dann wird das aber nicht unklarer, sondern klarer, ja, ich weiß jetzt nur ein bisschen, aber das bisschen, was ich weiß, ist so. Das macht mich nicht verirrt, das bringt mich nicht vom Weg ab und stellt sich diese Frage noch zusätzlich oder die oder das. Nein, das öffnet den Weg zum Verständnis der anderen Fragen, die ich so oder so hatte. Ich weiß jetzt, wo der Anfang des Menschen ist. Ich weiß, dass alle Entscheidungen entweder aus dem richtigen Auge, das heißt aus der Weisheit entstehen, die man sich von Gott holt, oder aus dem bösen Auge, wo man denkt, man lebt aus sich, aber letztendlich lebt man aus der menschlichen Weisheit, aus dem, was andere gesagt und geschrieben haben. Und man hat diese zwei Möglichkeiten nur. Es gibt nicht mehr. Dort fängt der Mensch an. Ich habe die Erkenntnis und bin Gott so dankbar, dass ich weiß, woher die Krankheit kommt, wo sie beginnt. Aber jetzt weiß ich den Beginn, aber ich bin ja noch nicht zufrieden, um nur den Beginn zu kennen. Ich möchte und ich bitte Gott, ich habe ja niemanden, wer soll ich fragen, die Wissenschaft weiß es nicht, um den Pfad zu erkennen, wie der Krebs letztendlich entsteht, wie die Entzündung entsteht im Körper. Ich möchte den Physiologischen, den Pathophysiologischen, den Krankheitsweg kennen. Ich möchte ihn von Anfang bis zum Ende schauen. Wenn das in Gottes Plan ist, ich meine, es ist ja schon gut, den Anfang zu kennen. Damit hat man ja quasi die Möglichkeit, es zu vermeiden. Aber ich bin nicht zufrieden mit nur so viel. Aber das, was ich erkannt habe, wird ja dadurch, dass ich weiteres erkenne, nicht weggeworfen, sondern es baut darauf auf. Ja, ich möchte in aller Ewigkeit lernen und Dinge verstehen, aber die Dinge werden mir nicht konfuser, die Dinge werden mir klarer. Wenn ich heute mit einem Patienten spreche, dann ist mir die Struktur des Menschen immer deutlicher, immer sichtbar, immer schönerer. Der Mensch wird durchsichtiger für mich und nicht konfuser. Und ich kann das ja aus mir heraus nicht so haben. Es muss die Weisheit Gottes sein, weil nur sie funktioniert so. Sie stützt sich auf Dinge, die muss man nicht verändern. Die sind da, die hat man verstanden. Die existieren so, sie sind klar und sie werden immer deutlicher und klarer. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe das Verständnis noch nicht über den ganzen Weg, aber ich bin doch auch nur am Anfang meines Studiums. Dafür bin ich so dankbar für das, was ich in so kurzer Zeit aus den Worten Gottes, aus der Erfahrung, aus den Gesetzen der Natur gelernt habe. Das macht mich doch unheimlich glücklich. Es macht mich nicht konfus. Ich habe Fragen, aber Fragen, die ich auch davor hatte, die ich noch nicht klären kann, aber Fragen, die ich hatte, haben sich auch schon geklärt. So lasst uns das merken. Wenn wir auf dem Weg der Wahrheit sind, auf dem Weg der Weisheit, dann muss es in unserem Leben klarer werden. Wir müssen sicherer werden. Nicht in einer unüberlegten, weil es gibt ja auch in der Tore, denkt sich manchmal sicher. Es ist ein Selbstbetrug. Wenn wir in der Weisheit wachsen, dann werden wir immer klarer, bewusster. Uns geht es im Leben, in der Sicherheit besser. Und wir müssen nicht korrigieren, wir im Sinne dessen, was wir richtig verstanden haben, wir müssen nur korrigieren, was wir all die Zeit schon falsch verstanden haben, was wir nicht wussten und nicht kannten oder was wir falsch kannten. Ja, da muss ich korrigieren. Aber was ich einmal in der Weisheit verstanden habe, wenn sie einmal aufgenommen wurde, den Verständigen sind sie alle klar. Weil er lebt davon, sie sind Licht für ihn. Der Tor sieht natürlich da wahrscheinlich kein Licht, aber für den Verständigen, der, der sich von Gott lehren lässt und Gott keine Ruhe gibt, weil er Dinge versteht und Gott bittet, weil er Weisheit kann nur von ihm holen, der wird es finden. Und wer Erkenntnis sucht, findet die Weisheit oder findet die Dinge richtig. So, wir kommen jetzt im nächsten Abschnitt zu dem, was am Anfang war, wo die Weisheit war, noch bevor die Erde gegründet hat. Und sie zeigt sich, dass sie bei Gott war. Und hier, wenn wir die ganze Heilige Schrift wieder nehmen, können wir all das, was über die Weisheit hier steht, ersetzen mit unserem Heiland, mit Jesus Christus, der für uns die Weisheit ist. Deshalb würde ich hier nur als Schlussfolgerung sagen, weil es gibt ja Menschen, die behaupten, sie sind Christen. die sagen, sie sind vielleicht schon 30 Jahre lang in der Wahrheit oder sie haben schon 30 Jahre einen Weg, wandeln sie mit Christus. dann möchte ich bitte bei dem, bei dem, der mit Christus wandelt, will ich erkennen, ob das, was Christus hat, auch zu dem geworden ist in seinem Leben. Wenn Christus die Weisheit ist, müsste der Christ nicht auch weise werden? Müsste der Christ nicht in seinem Verhandhalten diese Tugenden in seinem Leben hervorbringen? Ich meine, wie viele Jahre brauchst du, um in deiner Rede vortrefflich zu reden? Erhabenes und dich nicht mit Nichtigkeiten und kleinen Dingen, ich meine, mit Niedrigem zu beschäftigen. Wir können dann nur die Nachrichten sehen oder nehmen all den Müll, der da kommt. Müssen wir uns mit dem befassen? Müssen wir über das reden? Muss das unseren Geist beschäftigen? Wenn wir als Christen sind, wie viel Aufrichtigkeit haben wir gelernt? Dass die Menschen, wenn sie uns nach fünf Jahren des Christentums sehen, sagen, naja, er war vorher vielleicht nicht ganz gerade und wir erkannten, aber jetzt guck mal, wie sich sein Leben korrigiert hat und wenn er etwas spricht, dann wissen wir, ist das aufrichtig. Sagt er die Wahrheit? Oder hat er noch Lügenhaftes in seinen Worten? Hasst er, verabscheut er das gottlose Wesen? Ist er gegen die Torheit? Ist er gerecht? Hat er einen verkehrten Mund oder nicht einen verkehrten Mund? Hat er ein verdrehtes Reden oder ein klares Reden? Das muss man doch sehen. So, wenn Christus unsere Weisheit ist und die Bibel sagt es so im 1. Korinther im 1. Kapitel im 30. Vers da ist, wenn er unsere Weisheit isst, dann ist es unumgänglich, wenn du mit der Weisheit lebst, dass du selbst von ihr isst, weil er ist ja unsere Speise, dann musst du so werden. Ja, das ist ein Prozess, aber man muss es doch nach ein paar Jahren doch etwas zumindest sehen. Außer großen Worten, ich bin erlöst und mir geht es, ich bin neu geboren und, aber zeig doch mal in deinem Alltag, wenn du mit Christus wirklich lebst, so wie hier Christus dargestellt wird, als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren und so weiter. Ehe die Berge eingesenkt wurden von den Hügeln, wurde ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei, als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken und Droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehlen nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. So, damit müsste doch unser Leben ein Leben der Freude sein, wenn Christus wirklich unser Zentrum unseres Lebens ist. Aber leider, leider sind wir betrogen von unserem bösen Auge. Wir sind betrogen, dass wir denken, als Christen reicht es, dass wir an Gott, ich sage es mal in Anführungsstrich, ein Glauben, ihn annehmen und damit ist das Leben dann gelebt und wir sind sicher. Aber schaut hier, was Vers 32 steht, in Sprüche 8, und wir würden jetzt sehen, dass Christus hier ruft, der sagt, und nun ihr Söhne hört auf mich, wohl denen, die meine Wege bewahren, hört auf Unterweisung, damit ihr weise werdet und verwerft sie nicht, wohl dem Menschen, der auf mich hört, indem er täglich an meiner Pforte wacht und die Pfosten meiner Türen hütet. Das ist, wenn ich ständig in Beziehung mit ihm, denn wer mich findet, der findet das Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Johannes 10 und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn, wer mich aber verfehlt, tut seine Seele Gewalt an, alle, die mich hassen, lieben den Tod. So, ich denke, wir können hier klar und deutlich sagen, dass es um unser Leben geht, um unsere Erlösung und wir wissen, dass wir die in Christus haben. So, es gibt also keine Trennung, ich sage jetzt mal, von der Person der Weisheit und der Person Gottes oder des Christus. da Gott alles durch seinen Sohn gemacht hat, auch uns geschaffen, Adam, und uns neu gemacht hat, dadurch, dass er Mensch wurde und Mensch bleibt in Ewigkeit, dadurch, dass er sich mit uns für immer verbündete. Er als Gott wird Mensch und lebt mit uns und will mit uns in aller Ewigkeit in einer Einheit leben. Das ist seine Einladung an uns. Aber wir haben einen Feind in uns. Wir haben einen Feind, den müssen wir bekämpfen. Und das ist die Torheit, das ist das blinde Auge. Und um dieses blinde Auge zu bekämpfen, brauchen wir Macht und auch Kraft. Und die Weisheit verspricht es, sie zu haben. Macht und Kraft. Wozu brauchen wir denn Kraft, wenn wir nichts tun müssen? Wenn uns die Weisheit zufällt? Nein, nein, Weisheit und Leben ist harte Arbeit. Die harte Arbeit ist deshalb hart, weil wir müssen die Finsternis, das blinde Auge erst mal erkennen, was uns betrügt. Und dann haben wir auch noch einen Kampf damit, dass uns nicht loslässt, dass uns zieht in eine Richtung. Und ich muss es überwinden. Lasst uns zusammenfassen, wir konnten nicht den ganzen Stoff dieser Lektion durchgehen. Es ist auch unmöglich, so ein tiefes Studium betreiben zu wollen mit so vielen Bibeltexten. Wir müssen uns manchmal reduzieren, aber es ist wichtiger, eins zu verstehen, wie viel zu lesen und es nicht zu verstehen. zu Ich möchte darüber nachdenken und ich werde es in der nächsten Lektion machen über die Furcht des Herrn und die deutlich besprechen, weil es geht ja in der nächsten Lektion um die Gerechtigkeit. Kommen wir dahin, dass wir gerecht Dessent entgegengesetzt zum Gottlosen, weil der Gerechte handelt Recht, wir werden auch sehen, es gibt keinen Zwischending zwischen Gerecht und Gottlosen. Aber ich möchte beenden diese Lektion mit einer ganz wichtigen Idee mit einem wichtigen Gedanken und das ist in Vers 12 im Kapitel 9 Bist du weise, so kommt es dir selbst zugute. Bist du aber ein Spötter, so hast du es allein zu tragen. Da kommt das, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, sehr deutlich hervor. Bist du weise, kommt es dir zugute. Bist du aber ein Tor oder ein Spötter, Spötter ist der Gegensatz vom Weisen, dann hast du selber zu tragen. Die Schmach und die Konsequenz. So, es ist so deutlich, die Bibel widerspricht sich nicht. Der Geist Gottes, der durch den Salomon spricht, hat so deutlich gemacht. Unsere Verantwortung. Wer hat den größten Nutzen, wenn man weiser ist, wenn man den Weg kennt? Wir. Sicherlich ist die Weisheit für die anderen da und sie gibt es weiter. Aber die größte Freude hat doch der, der sie ausübt. Bist bist du weiser, wo bist du dir zu gut? Aber bleibst du ein Tor, ein Spötter, so musst du am Ende die Schmach tragen, weil es ist deine eigene Verantwortung. Was willst du? Was willst du? Wo willst du stehen? Willst du weiser sein? Ich weiß, Gott hat uns alle gemacht, dass wir das wollen. Aber es reicht nicht aus mit einem Wunsch nach Weisheit. Es braucht einen Willen und ein Forschen und ein Wollen und ein Suchen danach. Jesus sagt so deutlich, wer mich suchet, wer suchet, der findet, wer anklopft, der wird aufgetan und wer bittet, der empfängt. Das sind aktive Dinge. Da musst du was tun. Da kannst du nicht auf einer Seite faul bleiben. Nein, nein, da musst du aktiv was tun. Keiner kommt, ich sage jetzt mal, ohne Arbeit, in den Genuss der Weisheit. Die Weisheit selbst, sie ist ein Werkmeister, sie ist ein Arbeiter. Und auch das müssen wir verstehen, dass wir etwas tun müssen, um weise zu werden. Willst du es tun? Willst du diesen Kampf aufnehmen, zu wollen, das Übel erkennen, um es zu lassen und die Weisheit einzubauen und dich nicht mehr verirren zu lassen? Ich will das. Ich wünsche es mir. Und so wie der reiche Salomo sage ich jetzt mal, sagt, es nutzt dein Reichtum nichts, dein Gold und Silber ist besser. Du bist weiser. Damit hast du auch Gold und Silber. Aber wägst du es gegeneinander ab, gehst du in den Verlust. lasst uns nicht nach Gold und Silber trachten, sondern nach der Weisheit. Dann kommt Gold und Silber danach. Aber lassen wir uns verblenden und verkehren wir das Ziel und wollen Gold und Silber haben, dann werden wir die Weisheit nie erlangen. O Gott möge uns gnädig sein und uns helfen, die Schuppen täglich vor unseren Augen uns helfen zu nehmen und Erkenntnis gewinnen, bis wir weise Menschen werden, die die Charaktereigenschaften der Weisheit tragen, die eine Sprache haben, die klar und deutlich ist. Amen. Amen.